Du bist selber rausgeflogen. Aber der Tunnel ist richtig gleich irgendwie. Oh Mann ey, bin ich schon wieder draußen. Ich war grad drauf. Immer diese Probleme am Anfang. Ach, hier ist noch ne Truhe von den Sachen, die heute mal abgeschmiert ist. Der Tunnel sieht irgendwie richtig geil aus. Mit dem Holz und dem Siegbestein. Für dich auch. Also ich weiß auch nicht, ich hab das irgendwo mal gesehen, ich weiß nicht mehr wo. Aber seitdem, den Tunnel, ich find den so geil. Pass auf, der sieht einfach so richtig geil aus. Besonders, wenn du nur noch irgendwie so ne Schiene reinbaust. Und dann mit Vollspeed durchhämmert. Das sieht richtig geil aus. Ähm, hast du ne Waffe, ist eigentlich schon die Klasse Ingenieur? Ich glaub ich hab da schon alle Klasse. Ähm, ne, ne, ne. Ich will schon Level 9 bei Waffe, aber ich glaub das gar nicht. Dann mach mal die... Dann kannst du mal meine Waffe aufheben, weil... Die ist nämlich richtig geil. Schaut zwar aus wie die Anfangswaffe bei, ähm, bei, ähm, Schütze. Aber die ist besser als wie die Schützenswaffe. Bei Anfang. Okay. Da hab ich auch... Da hab ich nämlich auch so ein Visier gekriegt. So ein richtig geiles. Das visiert automatisch andere Gegner an, wenn sie in der Nähe sind. Was? Das denn? Ist das Auto-Aim oder was? Auto-Aim? Ja, scheinlich Auto-Aim. Aber die sind Hacker, ne? Überall mach ich Auto-Aim. Hör mal aus, wenn das geht. Das... Aber das ist kein Hack. Das ist kein Hack. Das ist so ein Ding. Achso, ne? Achso, ne? Achso, die... Das ist die heftige Version zu... Dafür lad mal bitte ein. Ach! Das ist ein Gegner neben dir und ein Gegner neben dir ist. Dann brauchst du just Zielen und dann visiert du dich bloß automatisch an. Das... Das ist alles! Achso, du... Du drückst ein Visieren? Wie sieht er einen an? Gibt's ihnen eine Headshot? Wesieht er sofort den nächsten an? Gibt's ihnen eine Headshot und immer so weiter oder was? Ja, so ähnlich. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist ein Hack. Das ist doch kein Hack. Das ist kein Hack. Das ist kein Hack. das ist wie hier, das musst du selber mal ausprobieren, wenn du das nächste Mal mit mir Waffe spielst Kann ich nicht mal machen Das war ein Endermann, was ich nur mal sage Nein, ich brauch mehr Wolle Sag hö, ich geh mal raus, das funktioniert nicht Ich komm entweder gar nicht rein oder werd immer rausgekickt Das musste dein Xbox für mich starten, aber ich glaub das bringt auch nix Nee, ich brauch nicht mehr rein Ja, ist halt momentan Geh dann beim nächsten Mal vielleicht wieder mit Jo Es ist halt meine scheiß Internetverbindung Oh nein, 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 du scheiß Schaf Verdammt, hast du das Tor aufgelassen Also tschau, Sato, ich komm nächstes V mal wieder Ja Was wollte ich? Ja, also ich sag immer so So wie es aussieht, hab ich jetzt in Scheiß Tür, geh auf Geh auf, du scheiß... Wolltest du mich verarschen oder was, geh mal weg, du kurze Schaf Auf, geh, geh doch, jetzt schieb ich dich da rein Ey, du scheiß Schaf Ey, du... Oh Mann, du würdest dich doch wohl verarschen, ey Ey, ich hab, ich hab weniger Gamerscore wie du, hab aber trotzdem 100 Freunde Ja, ist doch egal, man kann so viele Freunde haben, wie man will Also ich meine jetzt, man kann 100 Freunde haben, egal wie viel Gamescom man hat Man kann 100, man kann 100 Freunde haben, Maximum Ja, und egal wie viel G du hast, das ist das Maximum, was du jemals haben kannst Kann mir jemand mit dem Schaf helfen? Ja, ich... Ähm, was? Irgendweladet der Chunk jetzt nicht, weil ich rausgeflogen bin Mit was, mit was, bei was brauchst du Hilfe? Beim Schaf, das ist, das... Ich hab aus Versehen, ich bin aus Versehen reingegangen Hab vergessen, sie Zorn damit zuzumachen, jetzt ist das Ding rausgelaufen Und ich versuch das gerade wieder zurückzuschieben Ach so Schieben, schieben Mann, du scheiß Schaf Jetzt komm schon mal ein bisschen Ich steck mal, ich... Ich steck mal kurz mein Turtle Beach Headset an Mach das Ist doch geiler Ding, warum hast du dich schon vorher drin gehabt? Jetzt los, du dummes Schaf Komm Stell dich nicht so an Ist cool, komm Mach mal, mach mal schon mal Tor auf Mach mal bitte Tor auf schon mal Der, der grad bei mir vorbeigegangt ist Ähm, hier Richtig oder da? Ja, da hinten, nein, weiter hinten, weiter hinten, weiter hinten Ach scheiß drauf, warte mal, ich hab's jetzt hier drin, ist mir jetzt auch egal Jetzt könnt, jetzt könnt, jetzt kannst du den Hintergrund nicht mehr hören, weil ich hab jetzt mein Turtle Beach Headset Jo, ist... ja, warum hast du dich schon vor drin mit dem Turtle Beach Headset? Das Ding ist doch geil Welches hast du? Ist das nicht Schwarz 12, oder? Ähm, weiß ich jetzt gerade gar nicht Ich hab einen Razer, ich hab einen Razer für Ich mag das Ding, weil ich hab hier Ich hab hier Ich hab ein... ich hab einfach... ich hab einfach irgendeinen Ah, natürlich Ich hab... Ja, da hast du mir schon ein paar Bilder gesagt Du brauchst nicht angehen mit deinem scheiß PC Der ist halt besser als meiner Nein, der läuft doch nicht Aber brauchst du mir die ganze Zeit immer so ne Bilder schicken So, jetzt muss ich mir noch einen neuen holen Ja gut, ich kaufe mir jetzt sowieso ne neue Grafikkarte Ahja, passt das doch hier aus Okay, ähm, ich... ähm, du hast doch mal in irgendeinem Office-Video gesagt, dass dein PC nicht der Beste ist, oder? Jo Ähm, welchen PC hast denn du? Also das gibt's jetzt nicht irgendwie sowas, wie ich das jetzt sagen könnte, zum Beispiel wie Xbox, Xbox da selbst Es gibt jetzt nicht irgendwie PC1, PC2, oder so Ich hab ein PC, der hat, ähm... ähm... äh... der hat eine... AMD Grafikkarte Reden HD 7800 Series Irgendwas, 4 GB Hab ich noch einen AMD Prozessor mit 3,6... äh... Gigahertz 8-Core Und dann hab ich da noch irgendwie, ähm, 1 TB Festplatte drinne 8 GB RAM hab ich drinne Ach, keine Ahnung, das ist mir relativ Ach, voll, ne Spinnen greift nicht aus Ey, die Spinnen müsse wohl totkriegen Ey, hast du, ähm... hast du ein bisschen Essen für mich? Also Essen hab ich noch ein bisschen was, aber ich weiß auch nicht, finde ich immer alles der Kamerl Wie heißt der... ähm, ja, ich hab auch Hat jemand Essen für mich? Ich hab bloß noch einen roten Flash Ich hab bloß noch einen roten Flash und ähm... Soll Jetzt geh'n Death Seit wann kann man Leitern aufm... Und da war er weg Okay, da ist schon wieder die Party abgeschmiert Ist echt die Party abgeschmiert oder ist noch jemand da? Ich bin noch da Machst du Na, ich wundere mich gerade, weil das keine geantwortet hat Auf jeden Fall ist die Party abgeschmiert Okay Toll Ähm, seit wann geht denn das, dass man jetzt, ähm... Leitern auf Öfen und ähm... Leitern auf Werkbanken platzieren kann? Ähm, kann man nur lange... machen Keine Ahnung Ach so, du hast... Ach so, du hast dich mit dem Piston gemacht, ach so Ich stirb, du scheiß Spinne Ah... Genau, da kommt wieder so ein Face-Klan-Skelett raus hier, oder was? Wer hat jetzt alles... Wer hat jetzt alles... Oh, hier ist schon wieder ein Schleim, ich... Ich hör den wieder klatschen Oh ja, du scheiß Schleim, jetzt ist das auf die Fresse Ach, mein Schwert macht das auch nicht mal lange mit Oh, jetzt sind die kleinen Dinger hier Weg, 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 weg... Oh, ich find's geil, immer One-Hit Immer mit einem Schlag warm weg Und dann brennen die Dinger immer so schön Ey, weg da! Ey, raus, raus, sonst schlag ich die noch weg So Ähm, hast du Essen für mich? Zack So, kurze Schleimbälle einsammeln Bam, bam, bam Dam, dam, dam Ja, Essen, warte mal was... Hast du Essen für mich? Ja, hab ich, warte Ich schmeiß die einfach rein So Ja Ich glaub zehn Stück waren das jetzt oder so Nee, ich würde eigentlich... Ich wollte eigentlich nur neun Guck mal, ich hab den selbsten wie du Nein, hast du nicht Du hast den Skin aus Assassin's Creed 2 mit Ezio Ich hab den von Assassin's Creed 3 mit Connor So Connor hast du Ja Warte, jetzt hab ich ihn auch, guck Hm, was? Ja, genau da Na, genau, den hab ich auch Ey, geistertick, ey, was machst du dafür hin? Was machst du dafür hin? Ja, genau so kann ich das bauen Sieht gar nicht so schlecht aus Was hast du für ein Zeichen gemacht? Ich baue... Irgendwas Natürlich, da oben ist Eisenerz Hä, was, wo? Da oben Wo ist da oben? Da oben Ja, da oben ist wo? Ja, da oben ist wo? Da oben bleibt nicht stark Hier von hier sieht man's doch Wenn du dich auf dem Platz stehst und da dahin guckst Tatsächlich? Oh mein Gott Das ist da... Kannst du da wohl da nicht liegen lassen Ja, super Ähm, ich hab noch... Ich hab noch ein Walle für dich Ich hab noch ein Walle für dich Das Tür ist gleich auf So, mitgenommen Mitgenommen So, das war's auch schon wieder Noch vier Stück waren das Ach, das überleb' ich Das Tür, geh mal zu der Truhe Wohin? Meiner Truhe Natürlich Yes Ja, ich bin ein Ja, ich bin ein Schwäche Schwäche Nein Ey, musst du ausgerechnet noch ein Eimer Wasser platzieren? Jetzt ist hier alles voll mit deinen Items Hast du... Hast du... Hast du ein Plan Was hast du Zombies eigentlich runtergeladen Also das Gartenwarfer? Also ich hab's auch für Xbox One auf DVD Ach, du spielst du gerade mit Xbox One? Ne, ich spiel grad mit 360 Ich hab... Ich hab... Ich hab keine Xbox One Ja, das muss man sich auch noch nicht holen Also ganz ehrlich Ich hätt auch ruhig noch warten können Mein Ding hat ja noch 500 Euro gekauft Jetzt gibt's ja mittlerweile schon für 400 ohne Kinect Und Kinect ist scheiße Wieso liegen da... Wieso liegen da nicht so viele Items? Weil da jemand schon wieder abgeknackt ist Also wer umgebracht worden ist Hier, du kannst die Sachen nehmen Du kannst die Sachen Ja, genau Sammeln sie einfach ein Vordecker wollte sowieso nicht mehr mitmachen Nimm einfach den Scheiß Ich hab ihn dir Pokémon Juhu So, ne, Mathe Nimm sein Kratzen Und so Cool, die Sachen Sachen waren zu hören Schadens Ja, weiß ich Also ich glaube, fast alles ist kaputt So, die Arbeitssachen habe ich noch nie geschnappt Gibst du ne... Ö Na, komm, lass mich rüber hier Schwimmen Ich hab noch ne Gasträne Ach, Gasträne Ach, Gasträne, du bist doch geschissen Hol, Dia, läuft Ich weiß Sag mal, wie viele Dias hast du gehabt? Wie viele Diamanten? Alle Alle Die ich vorhin am Schenk habe Die hat... 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 Die hab ich... Die hab ich mir gekreilt Hast du die eingesammelt? Ja, die brauch ich auch noch selber Oh nö, meine Knöpfe sind schon wieder weg Wie ist das denn hier? Na, wegen deinen Eimer da Die unterste Reihe der Knöpfe sind weg Ah Teichblase, du hast doch bestimmt jetzt den Eimer von ihm Kannst du da mal weg machen mit Wasser? Ja, ich hab den Eimer und die Knöpfe hab ich auch Kannst du bitte den Eimer dann weg mit dem... Einmal das Wasser weg machen und die Knöpfe dann wieder unten platzieren überall Wo das jetzt fehlt Wäre echt nice, danke Drei Stück... Nein, 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 nicht da, nicht da, nicht da, nicht da Mach mal wieder weg Die müssen hier unten ran Ja, mach das Ich zwinge dich eigentlich nicht so mitzumachen So, leider eine noch weg Der eine hier noch weg Dankeschön Wir hören immer da ran, genau So, genau, danke Okay, so Wie wollte ich das jetzt weiter bauen? Das sieht irgendwie nicht geil aus Ja, finde ich auch, nur ich hätte das eigentlich... Ich will das jetzt nicht mehr weitermachen Ich wollte das eigentlich noch viel weitermachen Oh, danke Weil ich wollte das eigentlich noch... Oh, warte mal kurz So Ich wollte das eigentlich noch viel weiter nach hinten bauen So eine richtig große Halle wollte ich haben Aber ich denke mir, wenn ich das wirklich durchziehe, dann sind sie ja noch ewig dran Weil ich glaube, das wird den... Hey, lol Ich... Ich hab gerade eins und zwei Schweinefleisch gegessen Ich hab mir trotzdem noch zwei Warte mal, ich muss gucken, dass ich nicht zwei gebaut hab hier oben Ach, die Eisenspitze kann ich ruhig kaputt bauen Oh, das ist geil gar nicht Mach ich Spott Weg, weg Irgendwie kannst du besser bauen als ich Irgendwie kannst du besser bauen als ich Warum sagen sie es denn mal, ich bau scheiße Ich bau einfach einfach an und dann hab ich irgendwas fertig und dann war's das Also ich bin jetzt nicht so einer der denkt Irgendwo, Leute baust du das und das und ich fang einfach an So, scheiße, man hat mich schon zu weit drin gebaut Mist Dann bräuch ich das hier noch schnell weg Was hast du eigentlich auf den Schwert? Auf meinen Schwert habe ich Rückstoß und Feuerscharen Ich hab Stärfe zwei Schwert und Rückstoß eins und Schärfe zwei Ich hab Stärker zwei Bogen Hast du eine Spitzhack für mich? Nein Ich gebe meine nicht weg Brauch ich selber noch alle Weil die eine habe ich ja von Vordenker genommen oder der da Hat irgendjemand drei Dears für mich? Ich hab einen Ich hab 42 Weg mir mal bitte welche Da stehen so viele Nein Ich baue daraus die ja Blöcke und dann baue ich mir was schönes Ja, Glitschen oder? Nee, ich Glitsch nicht Ach stimmt, du weißt gar nicht wie das geht Ich bin zu blöd dazu, sagen wir es mal so Ich hab das mal ausprobiert Glitsch ist richtig einfach, aber machst du dich, weil das total behindert ist Ich hab's mal ausprobiert in der einen Folge Wo die sich mir mal zeigen wollten wie das geht Aber ich hab's auch nicht hingekriegt, da ist mir eigentlich relativ egal gewesen Ja, das war eine lustige Folge Die ich mir angeschaut hab So, kriegt das doch noch hin, genau Ich glaub das war die 10 Sekunden Ich muss meine, ich muss meinen ähm Oh, ich drück's mir jetzt ab Mann ey, das ist auch manchmal so ne Scheiße Ich muss mir meinen neuen Youtube Kanal aufmachen Ach so, da kommt ein Creeper Da kommt ein Creeper Runden? Da ist ein Creeper Links ist ein Stilett in dem, ähm, in den Haus Warte mal, ich glaub hier war schon das Ende genauso Und jetzt brauche ich mich aber nur noch nie wieder hoch Lovina Kannst du dich aber schlagen? Bin ich aber schlagen? Da hin, da hin, da hin Leute, hier waren grad Sachen in dem Haus Und die sind grad vor meiner Nase, die spawnen Okay, lol So, warte mal, ich bau mich jetzt hier hoch Spielst du eigentlich Minecraft 1.8 an der... Kann jemand mich einladen? Also ich spiel Minecraft, ähm, 1.7.2 glaub ich Also irgendwas mit 1.7, ach 1.7.2 genau Weil ich hab da halt noch Shader installiert, dass es schön aussieht Also das hab ich halt auf den... Nein, niemand mich... Ich spiel auf der 1.7.10, ähm, auf der 1.7.10, ja Weil... Weil auf der 1.8 hängt es zu sehr bei mir Es geht grade mal so, dass ich das 1.8, ähm, 1.9, 1.7.9, ähm, 1.7.10 bei mir flüssig läuft mit Specs 128 20 Okay So, warte mal, ich fuhre mal ein Apfel essen Du für ein Texture Pack Also du für ein Texture Pack Also du für ein Texture Pack Auf PC? Ja Keine Ahnung Da muss der Andaman fragen Ich hab dir das vor kurzem mal gesagt, was ich da habe Aber jetzt so aus dem Kopf hab ich keine Ahnung Meinst du Andaman? Meinst du Andaman? Was mit 460? Wie auch immer 460? Äh, mit der Tür? Ja Kannst du mich einladen? Ja warte kurz Den hab ich auch in der FL Den hab ich in der FL Undaman? Ja? Oder wen? Äh, Bad Gangster Ich glaub, ich hatte den mal in der FL Ja, ich hab ja auch mit Andaman schon ein bisschen was geplant Also mit ihm werdet ihr auch wahrscheinlich demnächst wieder ein paar größere Projekte aufnehmen Wir haben uns auch vorgenommen, Black Ops 2 vielleicht ein bisschen auch zu nehmen Und auf jeden Fall Borderlands 1, 2 und The Pre-Secret Das darf ich zum Beispiel auch nicht haben Black Ops 2, was ich aber gerne hätte Weil Andaman, der kriegt ja jetzt zu Weihnachten auch eine Elgato Und dann hab ich halt ihm versprochen, dass ich da auch mit ihm was aufnehmen werde Und dann sieht es momentan so aus, dass wir beide zusammen, ich und Andaman Borderlands 1, Let's Play 2 und The Pre-Sequel Und das alles dann durchgehend Ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir das von der Zeit und so alles herkriegen Weil das wird dann wahrscheinlich sehr lange gehen Aber ich glaub da wird's schon irgendwie den Weg finden Ich hab ne Frage Ja welche denn? Heißt du am PC genauso wie der an der Xbox heißt? Kommt drauf an, wo auf PC? Ähm Bei Steam oder? 2 1 1 Vielen Dank.